Eine neue Sprache Nun haben wir uns kennengelernt und von unseren neuen Bekannten verabschiedet. Wenden wir uns neuen sprachlichen Hürden zu. Nicht immer werden wir auf Anhieb verstanden oder verstehen alles. Vielleicht gibt es noch eine andere gemeinsame Sprache? In diesem Fall können wir Folgendes sagen. Man beginnt den Satz mit Sprechen Sie Вы говорите Вы знаете Sprechen Sie Englisch, Französisch Anglisch, Französisch Anglisch, Französisch Spanisch, Deutsch Ispansky, Niemetzky Ispansky, Niemetzky Italienisch, Arabisch Kann jemand für uns übersetzen? Das klingt wie ein Hilferuf, aber manchmal muss man einfach jemanden mit einer gemeinsamen Sprache finden. Hierzu kann man hilfestellend sagen, spricht hier jemand Sie haben nicht alles verstanden? Bei diesem Satz wird man mehr Rücksicht auf Sie nehmen. Ich verstehe nur ein bisschen. Schämen Sie sich nicht um Folgendes zu bitten. Sprechen Sie bitte etwas langsamer. Was sagte dieser Mann dort? Was steht auf diesem Schild? Kannst du mir das übersetzen? Sie können genau sagen, was Sie nicht verstanden haben. Ein Wort, einen Satz, ein Zeichen. Wenn man etwas nicht versteht, ist es keine Schande. Was hat er Sie gesagt? Was hat er Sie gesagt? I dachte schon, ich beherrsche die Sprache. bis ich merkte, dass keiner meinen Akzent versteht. In diesem Falle fragt man, spreche ich das richtig aus? Und zu guter Letzt, verstehen Sie mich? Ich bin stolz, wenn die Antwort lautet, ich habe alles verstanden. Und schwer enttäuscht, wenn es heißt, ich habe nichts verstanden. Manchmal ist es leichter, sich einen Namen oder eine Adresse aufschreiben zu lassen. Schreib das bitte auf. Pajalusta, zapichite. Pajalusta, zapichite. Bei einem Telefongespräch, mit dem wir uns gleich näher befassen werden, kann man auch bitten, kannst du das bitte buchstabieren? Und um alle zu beruhigen, lassen wir sie dann gleich wissen, jetzt habe ich verstanden. Jetzt ich alles verstanden. Jetzt ich alles verstanden. Perg willkommen male. 에는 alle descrição. aresり sie hier .